Actionspiel ist eine Sammelbezeichnung für alle Computerspiel-Genres, in denen die Spielmechanik überwiegend die Geschicklichkeit und Reaktionsschnelligkeit des Spielers fordert. Dies geht in der Regel mit einer starken Betonung des Echtzeit-Aspekts einher. In den meisten Actionspielen lenkt der Spieler eine einzelne Spielfigur oder ein Fahrzeug. Durch den Einsatz von Trefferpunkten wird die Spielfigur sterblich bzw. das Fahrzeug zerstörbar, sodass das unversehrte Überstehen des Spielablaufs zu den grundlegenden Anforderungen zählt. In vielen Actionspielen kann der Spieler dabei durch den Einsatz von Schusswaffen oder durch Kampfsportattacken angreifende Gegner besiegen. Andere Actionspiele, die Jump-In-Runs, machen das Überwinden von Hindernissen durch akrobatische Sprünge zum Hauptbestandteil des Spielablaufs. Actionspiel-Genres Die wichtigsten Computerspiel-Genres unter der Sammelbezeichnung Actionspiel sind Action-Adventure Action-Rollenspiel Beat-EM-Up Ego-Shooter Jump-In-Run Rennspiel Shoot-EM-Up Third-Person-Shooter Siehe auch Action-Film Have a gewoon Winter Rebell génres Neum z R Leah Chi